Sträßchen nach Pizzacorno Körschen nach Pizzacorno Pizzacorno Weg zur Eremitage Linksabzweigung in Schotterstraße Ress kallenge Schotterstraße Pizzacorno Schotterstraße 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Markiert der Segel hinunter zur Kräute. Kräute des Heiligen Alberto mit Brunnen. 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 Und an der Hermitage muss man rechts abbiegen. Und an der Hauptstraße noch ein Stückchen nach links. Amen. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Spitz links ein kurzes Stück auf der Straße. Gerade in Karrenweg. Das war's für heute. 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 Von Monte. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.